Der Geheimplan hinter den deutschen Talkshows Auf seinen Job ist jeder Reporter, Nachrichtensprecher, Moderator, Ressortleiter, Chefredakteur usw. angewiesen und hat in der Konsequenz den von oben kommenden Anweisungen Folge zu leisten. Im Vergleich zum Eigentümer ist selbst der Vorstandsvorsitzende eines Medienkonzerns einzig eine kleine Nummer. Derjenige, der ausschert, wird mundtot gemacht oder fliegt alternativ raus. Michael Mross Im Jahre 2007 wurde offensichtlich, dass die deutsche Fernsehlandschaft nicht bereit ist, in angemessener Art und Weise über Themen zu diskutieren, die vom Mainstream abweichen. Leidvoll musste diese Erfahrung die Fernsehmoderatorin Eva Herrmann bei der Sendung von Johannes B. Kerner machen. Aufgrund ihrer falsch interpretierten Äußerungen, die sie zur Familienpolitik im Dritten Reich gemacht hatte, wurde sie von Johannes B. Kerner aus der Sendung geworfen. Kerner nahm die Rolle des Inquisitors ein und statuierte damit ein Exempel. In den letzten Jahren häuften sich solche Vorfälle im deutschen Fernsehen bei Personen, die nicht die Meinung des Mainstreams vertraten. Einen ähnlich aggressiven Interviewstil musste am 16.01.2014 Sarah Wagenknecht von Markus Lanz in seiner gleichnamigen Sendung über sich ergehen lassen. Nur dieses Mal brachte diese Form des Qualitätsjournalismus bei vielen Zuschauern das Fass zum Überlaufen und führte schließlich zu einer Online-Petition mit einer Viertelmillion Unterstützern. Bei genauer Betrachtung von politischen Sendungen ist immer mehr festzustellen, dass eine Vereinheitlichung ähnlich wie zu DDR-Zeiten erfolgt. Warum das so ist, wurde mir im Januar 2014 von einem Informanten und Insider der Medienlandschaft mitgeteilt, der sich anonym an mich wandte, da er wusste, dass ich heikle Themen publiziere. Nach seinen Aussagen soll es für die Spitze der Moderatoren in Deutschland spezielle rhetorische Schulungen geben, wie man mit Gästen umzugehen hat, die systemkritische Haltungen vertreten, zum Beispiel Euro, EU, Einwanderungsdebatte und so weiter. Ferner müssen sich alle Beteiligten nach seinen Aussagen hinsichtlich des Inhalts dieses geheimen Schulungssystems zu absolutem Stillschweigen verpflichten. Die nachstehenden Punkte sollen Teil dieser speziellen rhetorischen Schulung sein. Erstens. Die Motive des Kontrahenten müssen infrage gestellt werden, sodass der Zuschauer den Eindruck gewinnt, dass er nur von persönlichen bzw. materiellen Vorteilen motiviert ist. Zweitens. Der Moderator hat empört zu reagieren, wenn bestimmte Personen bzw. angesehene Gruppen angegriffen werden. In diesem Fall ist die Diskussion über Tatsachen zu vermeiden und der Gegner in die Defensive zu drängen. Drittens. Egal welche Beweise der Talkgast liefert, er muss denunziert werden, als verbreite er Gerüchte. Zweitens. Sollte der Kontrahent sich auf Internetquellen beziehen, ist wie folgt zu verfahren. Sie müssen als unseriös und als Verschwörung dargestellt werden. Viertens. Sollte die Diskussion entgleiten, ist der Talkgast mit inakzeptablen Gruppen in Verbindung zu bringen. Rechtsradikale, Rassisten, Verschwörungstheoretiker und sonstige Fanatiker und so weiter. Um so vom eigentlichen Thema abzulenken. Fünftens. Sollte der Kontrahent sich nicht rhetorisch einwandfrei ausdrücken können, ist ihm mangelnde Sachkenntnis zu unterstellen. Sechstens. Unbedingt muss die gesellschaftliche Position mit Glaubwürdigkeit gleichgesetzt werden, um Argumente zu entkräften. Siebtens. Sollte sich der Talkgast als zu hartnäckig in der Argumentation zeigen, dann soll die Position des Gegners mit der Begründung entkräftet werden, das Thema sei schon tausendmal durchgekaut und daher nicht der Diskussion wert. Achtens. Gegebenenfalls ist der Kontrahent so lange zu provozieren, bis er emotionale Reaktionen zeigt. Daraufhin sollte er als nicht kritikfähig dargestellt werden. Neuntens. Wie im Fall des 11. September 2001, soll darauf verwiesen werden, dass große Verschwörungen pauschal unmöglich durchführbar sind, da viele Menschen daran beteiligt sein müssten und die Sache nicht geheim gehalten werden könnte. Zehntens. Sollte der Talkgast bei den vorstehenden Punkten noch standhaft bei seiner Meinung bleiben, müssen von ihm Beweise verlangt werden, die er nicht erbringen kann und jede offene Frage soll als argumentative Bankrotterklärung gewertet werden. Elftens. Dem Talkgast sollen Positionen unterstellt werden, die sich im Nachhinein leicht attackieren lassen. Zwölftens. Bei besonders redegewandten und hartnäckigen Gesprächspartnern muss das vorgegebene Muster so lange fortgeführt werden, bis dieser sich frustriert und erschöpft zurückzieht. Besonders auffällig ist, dass im Gegensatz zur Schweiz und anderen Ländern in deutschen Talkshows permanent Gäste unterbrochen werden. Nach dem oben aufgeführten Plan steht dahinter ebenfalls ein System. Die Unterbrechung des Sprachflusses ist vergleichbar mit einem Fahrradfahrer, der an der Ampel bremsen muss, um dann wieder mühsam in den alten Rhythmus reinzufinden. Durch die ständige Unterbrechung stauen sich unausgesprochene Sätze unterbewusst auf und lassen den Talkgast immer angespannter und unruhiger werden. Emotionale Ausraster werden so energetisch vorprogrammiert, da das biologische System immer mehr unter Druck gerät. Sollte dieser Fahrplan, so wie er mir mitgeteilt worden ist, tatsächlich existieren, dürften sie zukünftige Talkshows mit anderen Augen sehen. Aber gehen Sie nicht davon aus, dass sich irgendetwas ändert, denn ARD und ZDF haben hier schließlich einen politischen Programmauftrag, der die Vorgaben aus Berlin und Brüssel in vollem Umfang zu erfüllen hat. Aufgrund solcher Geschehnisse kommen massive Zweifel auf, ob in Deutschland überhaupt eine Pressefreiheit existiert. Ich hoffe, dass ihr neue Sachen auch dazulernen konntet bei diesem Hörbuchkapitel. Teilt es dringend mit Freunden und Bekannten, dass unsere Gemeinschaft immer größer wird. Und schaut euch nochmal die Beschreibung an, weil weiterführende Links findet ihr genau dort. Bis zum nächsten Hörbuchkapitel. Euer Heiko. Ich hoffe, dass unsere Gemeinschaft immer größer wird.